mit uns hast du gute karten runde 2 der heutigen trader locals live aus unserem trading karte superstore der tobias steht mir wieder gegenüber falls ihr auch mal bei unseren locals mitspielen wollt kommt gerne vorbei vergesst nur nicht vorher ein ticket auf unserer webseite zu kaufen kommt gerne vorbei spielt mit hat spaß und dann sehen wir uns hoffentlich mal vor ort und natürlich sagen ring frei für runde 2 und dann ab die post noch viel glück ja ebenso soll ja interessant werden doch das denke ich auf jeden fall dann würfel 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 sind schon mal gute anfang und zu bestimmten anfängt dann nämlich den weißen drachen er dann nehme ich den lichtwürfel das hoch entscheidet dann ja würde ich sagen eine 6 geht schon gut los 6 1 dann würde ich tatsächlich gerne vorlegen wollen ja macht das ja und heute spiele ich mal das einzig wahre meter decke ja man hat ja schon gesehen dass es doch schon und gemischt war es gab zwar wohl tendenzen aber ja aber so ganz eindeutig ist es noch nicht mehr aber ich spiele hat dass das meter des herzens und zwar öffentlich das duell mit meinem metaphysischen faktor er wird aufbare spielverzauber karte mit der jetzt einmal pro spielzug möglich habe ein metaphysisch monster stufe 5 oder höher als ohne tribute zur normalbeschwörung zu beschwören das wird während der endphase des nächsten spielzuges verband wenn ich das tue außerdem darfst du nicht mehr auf die effekte meiner metaphysisch monster reagieren okay das darfst du gerne machen das habe ich mir schon gedacht dass da nichts kommen großartig und lege einfach mal weiter vor mit meinem metaphysischen ragnarok wenn er beschworen wird darf ich die obersten drei karten meines decks verbannen und für jede metaphysisch karte darunter bekommt er 300 angriffspunkte obendrauf und zwar permanent außerdem sollte er dir kampfschaden zufügen darf ich am metaphysisch monster aus meinem deck als spezialbeschwörung beschwören das wird aber während der endphase des nächsten spielzuges verband okay und ich kann nicht darauf reagieren weil er die karte jetzt nicht richtig deswegen muss jetzt leider zu gucken wie ich die obersten drei karten meines decks verbannen ja 1 2 3 waren zwei meter physisch karten darunter das heißt man kann auch kriegt 600 angriffspunkte extra ja und dann aktiviert sich jetzt der metaphysische aufstieg in die verband habe und wenn sie verband wird dann darf ich meine metaphysisch karte von meinem deck meiner hand hinzufügen darfst du auch machen das darf ich tun das ist da gerade traumhaft dann besuche ich mir an der stelle suche ich mir lieber die meine metaphysische dimension ja die ist nur halb gut gegen dich wahrscheinlich wieder an der brise spielen willst deswegen ist der erste effekt der sagt wenn du ein monster als spezialbeschwörung beschwörst dass ich einen verband mit der physischen monster beschwören kann erstmal obsolet denke ich mal aber der zweite effekt sollte eine metaphysisch karte verband werden solange diese karte auf dem feld liegt darf ich eine karte bei dir werden und sie ebenfalls verband okay würde ich an der stelle glaube ich sogar erst mal abgeben wollen ja okay dann würde ich eine ziehen dann würde ich gerne mit dem topf der gegensätzlichkeit starten würde mir jetzt erlauben drei karten offen hinzulegen die oberste rein und dann darf ich mal eine aussuchen und der rest geht wieder ins deck dann darf ich aber nur noch normal beschwören nein wann der riesen darf die spezialbeschwörung so ein pech aber auch er der zug ist dann tatsächlich abgefahren jetzt gucken wir was wir gebrauchen können ich glaube ja ich nehme die rotkehler natürlich die beiden gehen wieder ins deck so kommt in den friedhof dann würde ich du wirst ja jetzt noch ein paar hankern vier stück so ein zwei habe ich noch ein zwei drei vier habe ich doch ist die frage was wir da haben alles gefühlt immer gefühlt immer alles dann nämlich direkt die barrierenstatue dann würde ich die auf die hand nehmen dann würde ich eine weitere normale show machen dürfen das wäre dann der adlen effekt jetzt ein geflügeltes ungeheuer der stufe sieben oder höher suchen und dann eine normalbeschwörung von einem geflügelten ungeheuer durchführen genau richtig ja mach mal dann würde ich mir da darf ich die alle nicht targeten dann nehme ich mir glaube ich die selber kann ich aber als ziel wählen oder tatsächlich kannst du das war alles als ziel die karte natürlich nicht am ziel sondern so reagieren das auf meine effekte ja okay dann würde ich mir laser sogar nehmen ja doch die will ich auf jeden fall los werden wie ich das mal der 2 1 ich würde die beiden als tribute anbieten ja für laser ich würde hier auf jeden fall die wie willst du denn die effekte erst mal in die kette legen dass wir vielleicht mal der spannende punkte ja okay also ich kann ja jetzt dadurch wenn laser tribut beschworen wird darf ich eine karte auf dem spielfeld und eine karte auf friedhof wählen und in beliebiger reinfolge aufs deck legen wenn ein windmonster dabei war wie in dem fall jetzt adlen könnte ich noch eine karte auf dem spielfeld auf die hand geben ich würde mit dem effekt erst mal auf dem feld starten und gerne die karte die aufs deck legen dann würde ich mir selber den topf der gegensätzlichkeit aufs deck legen genau das musste nämlich beides machen ja die müssen sich beim schimmer auflösen lege das oder die ersten gewählten ziele beliebiger rein ja okay ja okay gut die dann wirklich mit dem topf und ich würde den auf die hand geben gut und dann würde ich mit 280 angreifen wollen in der battle phase ja den schaden nehme ich dann mal so dann würde ich mit fast zwei eine karte verdeckt setzen und dann darfst du erst mal alles klar dann zieht meine ominöse karte ich hätte das gedacht ja ich aktiviere einfach meinen metaphysischen faktor erneut ja schön oder ja das wirklich schön jetzt darfst du ja oder beziehungsweise habe ich die karte erst mal wieder volle nase noch ein bisschen losgeworden aber das kommt noch mal abwarten ich rufe als normalbeschwerung metaphysischer wachnerock und aktiviere seinen effekt mehr die obersten drei karten meines decks zu verbanden darauf darfst du nicht reagieren weil ich ja nicht wählen darf du darfst generell auf den faktor also wenn ich den faktor habe dass du auf meine metaphysische monstereffekte mit gar nichts reagieren das hat nichts mit zielen oder so zu tun okay also gezielt werden können die karten du darfst eigentlich unmittelbar auf die effekte reagieren okay dann darfst du gut dann verwandelt 1 2 3 karten eine metaphysische karte war dazwischen das heißt er bekommt 300 angriffspunkte obendrauf das ist schon mal ganz nett dann kommen wir zu einer weiteren interessanten karte ich aktiviere ura dora des schicksals ja das sagt jetzt folgendes ich zahle als erstes mal 1000 lebenspunkte und dann wähle ich meinen ragnarok auf dem spielfeld er bekommt es bis zum ende des spielzuges 1000 weitere angriffspunkte spendiert außerdem sollte er ein monster durch kampf zerstören und zwar jedes spiel sogar kampf zerstört darf ich die unterste karte meines decks vorzeigen wenn es ein würm drache dinosaurier oder seeschlange monster ist ziehe ich für jeweils für je 1000 angriffspunkte dieses vorgezeigten monsters eine karte ok bekomme auch noch pro jahr entsprechend der anzahl gezogener karten 1000 lebenspunkte ach du scheiße ist das nicht geil ja und die wahrscheinlichkeit ist ja doch recht groß dass da was mal sein wenn ich halt auch ein passendes monster unten drunter liegen habe das ist ja so die große preisfrage so ist die aktivierung ist man sollte in ordnung ja gut dann möchte ich jetzt einmal ganz gerne in die battle phase gehen und da man ragnarok jetzt gerade satte 2800 angriffspunkte hat ja würde ich auch einmal deinen racer den megamonarchen angreifen ja dann werden zwar beide zerstört das muss ich leider in kauf nehmen aber der effekt von uradora des schicksals kommt trotzdem das heißt ich zeige jetzt die unterste karte vor und das ist leider ein zombie monster ja schade ok das schon mal gut das heißt ich kriege keine bonuspunkte ich kriege keine lebenspunkte ich muss es ja nur vorzeigen und da kann ich sie entweder auf oder unter mein deck legen das ist natürlich noch interessant dann würde ich die karte gerne auf ein deck legen ja dann gehe ich in die main phase 2 und aktiviere meine verlockung der finsternis das heißt ich würde gerne zwei karten ziehen wollen und anschließend ein finster das monster aus meiner hand verbannen oder meine gesamte hand abwerfen wenn ich das nicht kann ja das ist in ordnung gut dann ziehe ich mal eine karte ich ziehe zwei karten und verbanne dann aus meiner hand wer hätte es gedacht mein gesicht des todes ja und dann aktiviert sich ihr effekt und wir müssen jetzt beide die obersten fünf karten unseres decks verbanden ok und so offen das kriegen wir hin 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 so dann aktiviert sich direkt mal der effekt von meinem zweiten gesicht des todes dass ich gerade verwandt habe und wir dürfen noch mal fünf karten herstellen wir ja noch am deck tot nur du nur du 1 2 3 4 5 noch eine 5 oder ja dann abgeben wir noch mal gesicht des todes weil es spaß macht ach du scheiße jetzt ist das war es ja nicht ganz so schlimm weil alles was verbanntes kommt ja auch irgendwie wieder theoretisch 5 5 also da wird sich jetzt der effekt vom metaphysischen aufstieg und ich darf noch eine metaphysisch karte suchen ja schön oder das ist auch in ordnung kann ich auch ähnlich darauf reagieren auf die monster kannst du nicht regeln auf die anzeigen kann kannst du weggehen so dann suche ich mir jetzt den ich suche mir den metaphysischen drachentüran jetzt habe ich ihn gewählt jetzt muss ich ihn auch nehmen was hat er für einen effekt der drachentüran sagt wenn er durch einen metaphysisch monster beschworen wird dann ist er von fallen effekt unberührt und kann wenn er ein monster durch kampf zerstört einen zweiten angriff durchführen ein weiteres monster jetzt kann man generell noch einen zweiten angriff durchführen außerdem während genau ich kann ihn wenn er verbannt ist während der nächsten stämper phase wieder mal weg zurück mischen und dann ein metaphysisch monster aus meiner hand beschwören okay so aber ich mache jetzt mal folgendes ich aktiviere jetzt meine asymmeter füße ja die hat einen ganz tollen effekt ich kann einmal pro spiel sogar eine metaphysisch karte meiner hand verbannen und dann anschließend eine karte ziehen das verbannen sind keine kosten das ist teil des effektes außerdem sollte metaphysisch karten verbannt werden während meines zuges dann verlieren alle nicht metaphysisch monster fünf von angriff und verteidigungspunkte wird während deines zuges an der mit der physisch karte verbannt dann müssen alle nicht metaphysisch monster ihre kampfposition ändern auch ja okay den effekt würde ich gerne aktivieren bei den ersten ja dann verwand ich meinen drachentüran und zieh mal eine karte ja ja das kann man das machen dann werde ich jetzt noch eine karte verdeckt ersetzen dann würde ich eine karte ziehen ja und in einer standby phase geht jetzt der eigentlich spaß los ich habe es befürchtet denn wenn die metaphysisch monster verbannt werden mit ausnahme von ragnarok dann aktivieren sie während der nächsten stämper phase ihre effekte fangen wir an mit dem neftes wenn er verbannt wurde dann darf ich während der nächsten stämper phase ins deck zurück mischen um mir eine metaphysisch karte zu suchen ja das würde ich gerne aber machen wollen das heißt ich wünsche ihn mir einmal ins deck zurück und suchen wir was er darauf dass wir wegen meinem faktor auch nicht reagieren ja dann suche ich mir einmal den drachentüran genau ich darf man nur kein neftes suchen das ist jetzt die einzige schwäche an der ganzen geschichte so dann muss ich den effekt von meinem zweiten neftes und suchen wir noch bach mit merken das ist nämlich kein monster effekt ja dann suche ich mir jetzt einmal den delda los dann kommt jetzt der effekt von meinem drachentüran den würde ich gerne ins deck mischen um ein metaphysisch monster aus meiner hand zu beschwören ja dann nämlich dann den drachentüran den ich gerade beschworen hat und den zweiten dachentüran nutze ich mal auch noch und beschwöre noch mal den delda los aus meiner hand der delda los hat übrigens folgende effekt natürlich ein metaphysisch monster beschworen wird darf ich alle anderen spezial beschworene monster auf dem spielfeld verwandeln aber da nur mein eigenes monster davon betroffen wäre wäre es hat nicht so schlau den effekt jetzt gerade zu benutzen und allzu viel werde ich ja wahrscheinlich auch nicht spezial beschwören wahrscheinlich nicht deswegen wäre das erst mal an der stelle alles von mir und du darfst okay dann würde ich eine karte ziehen beziehungsweise ich habe ja schon gezogen das war ja klar das war nur die standby phase genau ja dann musst du einmal jetzt einfach nur wieder drauf legen und dann ja ach so gut aber dann passt aber ich habe mich gewundert hat wären zu viele karten schon in der hand gewesen doch dezent so dann würde ich starten mit was nehmen wir wie so ein tucker chain 1 kommt ich gucke gleich chain 2 in dem haufen wird sicherlich was dabei sein ja also ich weiß auch wenn der probier und den adlen ja noch verband durch die trüge beschwörung da ist einiges was nehmen wir denn ok la als training 2 ja gut dann kommt noch mehr ich will ich gerade im moment noch nicht gut dann kenne ich als ketten die drei noch meine metaphysische dimension und damit sie auf dem feld liegt das war noch mal die geschichte mit den spezial beschwungen genau und wenn ich eine metaphysische karte verbande kann ich die karte bei dir werden und sie ebenfalls verbanden ok dann dürfte ich den effekt aktivieren auflösen wirst du ja schon genau das heißt ich darf mir eine verbannte karte wieder also eine verbannte wanderbrise karte meiner hand hinzufügen was nehmen wir in der hand die dann würde ich die nehmen ach ich fange schon an zu mischen das ist so ungewöhnlich so viele verbannte karten ja doch das ist glaube ich sehr gerne nicht ein paar von den hohen füchern erwischt hat aber gut einen kreis nach ich würde rotkehler noch mal beschwimmen ja jane 1 und würde ich allen als chance meinen dann würde ich für rotkehler suchen jetzt muss ich auch schon aufpassen adeln auf die hand adeln normal sammeln ja chain 1 und chain 2 genau er sucht das wird in dem fall kaisen dann dürfte ich ja auch die loot beschwören ja die beiden für kaisen dann chain 1 ja das ist alles schon weg kann nämlich er sucht mir noch eine zauber der falle dann hast du noch ein weiteres monster als normalbeschwörung beschwören ja genau nämlich die letzte verbleibende großartige karte so jetzt könnte ich noch ein normalbeschwörung machen wenn du willst du musst nicht zwingt dich keiner ich würde strau nehmen ja perfekt ich darf in einem beliebigen für die auf eine karte entfernen bei dir ist das ist gefährlich wahrscheinlich wenn ich die entferne weil die wieder einen effekt dann hat und der hat nur einen beschwörungseffekt und wenn der kampfschaden macht und die ist auch nicht schlimm wenn die verbannt wird oder aktiviert die dann auch noch ein effekt nein das ist halt nur der effekt wenn ich ein monster auf dem fährt ich nehme die zauberkarte und dann würde ich noch eine tribut beschwörung machen dann würde ich die beiden gehen lassen für nebeltal gold adler scheint erstmal vollkommen legitim zu sein jetzt muss ich mal überlegen ich targete ihn ja durch den effekt in der battle phase steht das wort wähle in den text ja das steht da drin bist du dir sicher zielende effekte für die da draußen die es nicht wissen erkennt man immer ganz einfach an dem wort wähle im entsprechenden effekt taucht das wort wähle nicht auf zielt der effekt auch nicht ja er ist tatsächlich nicht zielend dann wenn ich das wort wähle steht dann kann ich das ja nutzen dann würde ich auch in die battle phase übergehen ja ich würde mit meinem kreisen gerne deinen metaphysischen drachentyrann angreifen ich muss eine handkarte dafür verbannen um sein effekt zu nutzen ja genau und dann würde in der schadensberechnung die atk und def von deinem monster halbiert werden ja ich verbanne zu viel auswahl einen adeln dann fällt seine punkte auf 1450 und ich kriege 1250 punkte schaden zugefügt ja dann würde ich noch gerne mit dem nebeltal gold adler in die angreifen und danke ich noch weitere 100 punkte schaden dann würde ich in main phase zwei ein spielverzauber wanderbrise und die großartige karte aktivieren und dann würde ich noch wanderbrise und die unbekannten winde aktivieren das wäre gerade viel schöner gewesen aber ich konnte diese kette ja nicht unterbrechen ich muss ja immer alles erst auflösen das war das problem kann ich denn sonst noch was machen das haben wir alles genutzt da muss ich tatsächlich erst mal an dich abgeben alles klappt so stand bei phase main phase dann würde ich gerne den effekt von beim asylmetaphyse aktivieren wollen das heißt ich möchte gerne eine metaphysische karte verwandt und anschließend eine karte ziehen das könnte ich aber jetzt negieren naja ist metaphysisch du kannst nur auf die monster effekte nach wie vor so und hier sagt er sagt ja auch wenn ein effekt aktiviert also eine karte oder einen effekt in dem fall sogar kannst du das annulieren indem du ihn auf die hand zurücknimmst das ist die frage ob du mich jetzt locken willst oder ob da was kommt aber ich würde das tatsächlich machen ich würde dir das negieren die karte dann dadurch zerstören und ich muss mir den nebeltal goldadler wieder mit auf die hand nehmen und nein da muss ich dich wieder auf die hand nehmen und so ein pech okay dann mache ich das folgendermaßen ich ersetze ein monster und lege noch eine karte verdeckt okay und gebe erstmal wieder an dich ab dann würde ich eine karte ziehen dann würde ich ich würde an der brise und tuckern als normal beschwörung bestimmen chain 1 und das muss ich mal eben schauen ich würde strau als chain 2 nehmen das heißt strau würde mir wieder auf die hand kommen und er gibt mir eine verbannte wanderbrise karte wieder auf die hand dann nehme ich und mieser zwischen ziel und wählen besteht kein unterschied es wird einmal das wort wähle benutzt bei zielenden effekten und ja ansonsten gibt es noch bestimme aber bestimme sind keine ziele effekte da muss man nur was auswählen aber man wird kein ziel ich würde mir die dann wieder nehmen ja dann darf ich eine weitere normal beschwörung machen dann würde ich strau normal beschwören dann darf ich eine karte in einem beliebigen friedhof entfernen was hätten sie denn das hatten wir alles schon die hatte auch keinen effekt wenn ich die jetzt verbanne aus dem friedhof dann würde ich die nehmen gut dann aktiviert aber dankenderweise den effekt von einer metaphysischen dimension aber erst mal darfst du noch die neue die beschwörung noch auflösen wenn wir sie noch machen willst du noch mal beschwörung ja würde ich gerne ich würde eine tribut beschwörung machen wollen ja wenn ich dir die jetzt noch weg tributiere kannst du doch den effekt nicht mehr nutzen dann würde ich das auch gerne machen ich würde die weg tributieren und ich würde meinen zu kann nehmen für den gold adler wer hätte es gedacht genau das wird den erst mal wieder auf dem feld haben und dann hat die normal beschwörung ja auch erst mal ein ende dann darf ich ja weitermachen dann darfst du dir nichts tatsächlich mit der falle machen nein dann würde ich in die battle phase übergehen ich kenne deine monster schlecht was sie so an verteidigung haben können mit 700 wird wahrscheinlich schlecht also du kannst ja auch die werte von den karten erfragen so ist das ja nicht das ist zumindest von denen die hat schon verbannt sind ja es ist die frage was du da liegen hast das weiß ich ja nicht das könnte doch irgendwas ganz anderes sein aber ich werde mit 700 nicht viel machen können deswegen werde ich mit dem nebeltal gold adler ein verdecktes angegriffen dann erwischt du meinen riesenrex an der stelle okay dann würde ich dich mit strau gerne direkt angreifen und mit 27 die schaden nämlich okay dann ist 1 zu 0 für dich muss mir ganz schön in schwitzen gebracht ich habe am anfang einen spiele fehler gemacht ich hätte mir lieber den kaiser nehmen soll statt hier mit dem razor tatsächlich die karte aus wegzulegen das war das war fahrlässig dumm hat ja hinterher ist man immer schlauer würde ich behaupten ja das stimmt ich will nicht nur gerade was gegen dich helfen könnte ja da gibt es möglichkeiten ohne ende muss sagen die richtigen karten dabei haben ja ich glaube ich habe schon eine gute idee jannis im prinzip ist es relativ einfach wenn ein effekt als ziel welt dann wird aber das wort wähle benutzt es gibt da nicht dass wir beide wörter benutzt werden sondern es wird einfach nur immer wähle gesagt man sagt aber nur dass man ein ziel als man ein ziel wählt so aber das wort ziele wird nirgendwo in irgendwelchen effekten benutzt im englischen heißt es target target heißt hat ziele aber der deutsche counterpart heißt wähle und dann wie gesagt gibt es halt noch bestimme bei einigen alten wenigen karten da muss man tatsächlich nicht wirklich in dem sinne ein ziel wählen muss aber hat schon entscheiden welche karte von dem entsprechenden effekt betroffen sein soll gutes beispiel dafür ist kreaturen tausch erste fliebe stimmt nämlich zwei monstens oder muss da muss müssen beide spieler ein monster bestimmen dessen kontrolle sie gehalten tauschen wollen aber die karte zielt hat nicht weil sie jetzt das wort wähle nicht benutzt wird man auch schon lange nicht mehr aktiv irgendwie die ja das problem ist aber dass mittlerweile zu viele karten auf dem feld liegen man im zweifelsfall hat das nutzloseste monster dann einfach überreicht deswegen spielen die karte eigentlich niemand mehr so dann würde ich dich auch wo beginnen lassen wollen okay dann würde ich meine fünf karten ziehen dann macht das mal 34 ja okay das sieht gar nicht so schlecht aus naja bin ich ja mal gespannt topf des wohlstands würde ich aktivieren das heißt du verwandt drei oder sechs karten von einem extra deck und zwar verleckt und für jede verwandte karte deckst du eine karte auf und nimmst eine von den karten auf die hand dass du den rest des zuges keine spezialbeschwung machen und keine karten erzieht genau und genau aber das ist in der ersten runde ja tendenziell egal ja dann auch kampfschaden gibt es da sowieso nicht weil grundsätzlich wird der schaden sogar noch halbiert der wird nicht komplett aufgehoben jeglicher schaden wird halbiert also selbst effektschaden immer zufügen würdest würde halbiert werden ja okay ich würde sechs stück nehmen 1 2 3 4 5 6 interessant sehr wenig wanderbrise hätte ich gesagt ja okay naja gut was immer die spätverzauberkarte den strau also so wenig ist das jetzt doch nicht die ich nehme man denn kann ich auf jeden fall gut gebrauchen ja speziell schon glaube ich weiß nur glaube ich der schade und keine karten mehr ziehen dürfen aber speziell beschworen darf sondern auch bei dem top der gegensätzlichkeit dazu nicht mehr speziell beschworen was nehmen wir denn die ja ich nehme tatsächlich ein happy frederwisch so interessant habe ich jetzt nicht mitgerechnet die koppel bliebige reinfolge unter das deck aber da ich jetzt sowieso mischen werde ja mache ich mir dann meist nicht die größte mühe sollte aber trotzdem halt tun falls man noch unterbrochen wird was im effekt verschleuren kann das ganze wieder alles zunichte machen naja okay das stimmt dann würde ich man aber die sind der beginn des abenteuers aktivieren ich kann jetzt ein geflügeltes umgekehrt von meiner hand oder spielfeldseite verbannen und dafür darf ich mir ein wanderbrise monster mit unterschiedlichen namen vom deck der hand hinzufügen oder den wanderbrise spielfeld zauber den hast du dir ja auch genau und ich bekomme 500 lebenspunkte das ist noch ein ganz netter nebeneffekt ich würde adlen verbannen und wenn das in Ordnung ist würde ich mir gerne was suchen ja wenn es denn sein muss dann würde ich mit einer brise und die großartige karte nehmen jetzt ist das mysterium auch erklärt warum ich die gerade wahrscheinlich nicht dazu genommen habe sie gehen in den friedhof sie kommen dahin dann würde ich gerne rotkehler normal beschwören und rotkehler als chain 1 und allen als chain 2 nutzen das darfst du meinetwegen tun ja dann nämlich allen auf die hand rotkehler sucht mir würde ich dann gerne die barrierenstatue nehmen vielleicht eine überraschung und sie hat ganz normal beschwören beschwören und turn ende dann würde ich allen normal beschwören ja effekt manchmal können die tatsächlich spielentscheidend sein das hatte ich gerade im ersten match aber wenn man Richtung timeout guckt dann ist das natürlich nicht ganz uninteressant der gegner konnte allerdings noch ganz schnell in die battle phase und ist dann über meinen barrierenstatus mit 3000 drüber kann das thema dann auch durch so dann würde ich eine tribut beschwörung machen die beiden gehen für kaisen dann chain 1 und jetzt muss ich überlegen ich habe gerade den adlen verband gehabt das heißt ich darf mir die rotkehler noch nehmen dann sucht er mir die zaubererfalle dann nehmen wir am besten was böses ich möchte liebsten dass du gar nicht so richtig ins spiel kommt ins spiel kommt okay okay ich merke schon naja du kannst du mal wieder gar nichts ich habe schon verstanden dann nehmen wir die und darf hier nicht mitspielen also mehr der zug ist jetzt abgefahren hey ich bin der mit den zügen ich würde die barrierenstatus dann normal beschwören ja das ist okay dass wir die schon mal haben dann würde ich an der brise und die großartige karte schon aktivieren dann würde ich noch eine zauber oder falle setzen was könnte das so sein und will ich noch was machen dann darfst du tatsächlich alles klar dann ziehe ich mal eine in der draw phase stand by phase main phase dann möchte ich auch sofort in die bettel phase gehen in die bettel fall okay ja und am ende der bett man dann gehe ich ans ende der bettel phase ja und dann aktiviere ich jetzt am ende meiner bettel phase aber weil ich keine karten kontrolliere direkt aus meiner hand mein ausgeglichener zweikampf das heißt du musst jetzt so viele karten verbandest du genauso viele karten wie ich kontrollierst also in dem fall eine ok welche willst du behalten die karten werden übrigens verdeckt verband ganz wichtig verdeckt behalten eine darfst du behalten genau der rest muss gehen das ist nicht so schlimm also er geht auf jeden fall verdeckt verband ach ja entscheide ich am besten erst und dann verband ist aber alles zusammen das glaube ich das ist nicht so schlimm dann würde ich die noch verdeckt verband die würde ich noch gerne an ketten das geht noch also wenn du jetzt schon dabei bist die karte aufzulösen müsstest du eigentlich jetzt als alles verband oder hat sofort die karte aktiviert ach so ok ja dann bin ich also die karte ich sowieso während der main phase aktivieren weil sie sind auch am ende der bettel fahren genau ich habe nur gedacht dass du prioritär das und überhaupt jetzt erst mal was machen wir sind noch wir sind auch am ende der bettel phase von da kannst du dich schon gar nicht aktivieren weil die kannst du nur während der main phase ok deswegen ist das sowieso obsolet ok dann packen wir die schnell weg ja gut dann bleibt also die barrierenstatue liegen das hatte ich schon fast befürchtet so jetzt hast du da noch den flederwisch auf jeden fall auf der hand das könnte durchaus sein ich habe es ja vorher gesehen also von daher brauchst du gar nicht großartig dran rum einfach auch eher ironisch noch gemeint ja da machen wir das einfach folgendermaßen ich rufe als normalbeschwörung metaphysischer ragnarok und würde dann den effekt aktivieren und die obersten drei karten meines decks verbannen wollen ja das ist in ordnung dann verbande ich zwei karten und dann verbande ich drei karten so weil ich zwei metaphysisch karten verband habe bekommt er sechs von angriffspunkte oben drauf ja dann aktivieren sich jetzt als ketten geliebt 1 mein gesicht des todes noch nichts damit kennt mit 1 mit der physische aufstieg hätten die zwei gesicht ist an der der muss jetzt erstes aktivieren weil es nicht muss effekt ist und das ist kein effekt deswegen kennt mit 1 gesicht des todes ketten die zwei metaphysische aufstieg heißt ich würde mir gerne seine metaphysisch karte suchen wollen und anschließend müssen die obersten fünf karten unseres decks verbannen ja das ist in ordnung gut dann suche ich mir als erstes da nehme ich auf jeden fall den guten ragnarok dann verbannen wir jetzt die obersten fünf karten unseres decks das das knallt dann weißt du ja wahrscheinlich auch schon was ich ist offensichtlich ja gut dann aktiviert sich jetzt auch der effekt von einem riesenrex und wenn er verband wird darf ich ihn spezial beschwören wobei darf ich wegen der barrierenstatue gerade nicht tun also noch mal glück gehabt aber dann sei es drum so okay dann werde ich jetzt noch eine karte verdeckt setzen und dann muss ich mein spielzucker schon wieder beenden weil die battlephase habe ich ja schon quasi übersprungen effektiv okay dann würde ich eine karte ziehen dann würde ich gerne erst mal in der standby phase aktiviert sich der fügt vom metaphysischer neftest und ich würde gerne ins deck mischen um mir eine metaphysisch karte suchen zu wollen das reinwischen sind übrigens kosten ja okay darf ich das denn du suchst hier ja das darfst du machen darf ich machen ja so ich frage es ich suche mir einfach mal präventiv einen ragnarok ja okay einfach weil ich es kann ich bin aber ja dran ja ist so ein bisschen wie bei wanderbrise dass du auch in meinem zug durchaus was machen kannst genau gleiches spiel wie wir bei dir quasi ja okay dann würde ich aber jetzt beginn mit meinem zug gerne und top der gegensätzlichkeit aktivieren was okay mach mal dann gucken 1 23 das sieht schon mal ganz gut aus kann man mit arbeiten würde ich behaupten dann würde ich mir gerne die karte nehmen dann habe ich so die unbekannten winde die beiden werden ins deck gemischt dann würde ich gerne das ist die frage was da ist ich aktiviere die mal erst wanderbrise und die unbekannten winde gut auf die aktivierung würde ich gerne reagieren wollen mit einer wunderbaren karte namens ohnmacht der schwertesäle ja jetzt ein würden monster als tribute und kann dann zwei karten wählen die du kontrollierst in dem fall würde ich deine barrierenstatue und deine unbekannten winde wählen wollen möchte gerne alle drei karten zerstören ist auch nicht schlimm das hast du jetzt ja ich weiß ja nicht was da noch kommt ich würde gerne rotkehler normal beschwören rotkehler als chain 1 nutzen und als chain 2 nach diesen der verdeckt verband die darf ich aber jetzt ja theoretisch ne verdeckt verband ist ganz weg weg verwandte karten dürfen ihre effekte nicht aktivieren okay dann würde ich mir adlen nehmen arz ketten die zwei genau der kommt auf die hand ja dann würde sich rotkehler als ketten die 1 auflösung mir ein beflügelt ist oder stufe vier oder niedriger suchen und dann mir eine normale schon noch erlauben ja du kannst mir nehmen dann würde ich alle normalen schön allen chain 1 hast du noch ein ziel strauß dann sind wir dann als erstes auf die hand und er würde mir wieder eins suchen ja genau nichts überdenken kann wo was suchen aber dann bringt jetzt das bringt mir nix das ist gar nicht so geil muss ich sagen da kommt doch ich kann was machen ich kann ja noch die normale schwörung machen dann würde ich gerne dann macht man sogar normal beschwören okay ich nehme mir durch den effekt von tuckern was wieder ich würde mir gerne kaisen wieder nehmen weil er erlaubt mir wenn er normal beschworen wird kann ich eine verwandte wann aber diese karte meine hand hinzufügen und die war ja glücklicherweise durch verband genau hast du noch glück gehabt jetzt darf ich eine tribut beschworen noch machen dann nehmen wir 600 die beiden die gehen für kreisen dann muss ich mal überlegen was ich schon genommen hat ich glaube rotkehler noch nicht den art den artem ist das so glaube ich genau dann würde ich den adlen als chain zwei nehmen rotkehler und kaisen als chain eins der männer zauber der volle sucht ich denke das wird großartige karte werden natürlich wird sie großartige karte und dann dürfte ich rein theoretisch noch eine normale schwörung machen kommt dann ein anderes punkt aufs feld das ist die frage was du mir da gleich dann aufs feld knallst was soll ich ja noch aufs feld knallen ja ich bin mir da nicht so sicher okay wenn du was sagst ja ich würde in die battle phase übergehen gut ich würde mit 27 angreifen den schaden nehme ich und dann würde ich ja noch mit 800 hinterher angreifen den muss ich dann leider mitnehmen in main phase 2 bevor du die main phase 2 gehst würde ich gerne am ende der battle phase nein ausgeglichener zeit aktivieren wollen noch mal ja sicher dann muss ich eine karte jetzt in verdeckt verbanden richtig entweder den adlen oder den kaisen gibt es ja auch ich nehme den adlen natürlich er geht weg dann würde ich aber weiter machen es zwei ich würde gerne die spielverzauberkeit die ich mir gerade gesucht habe an der brise und die großartige karte setzen ich aktiviere aber nicht sein effekt ich könnte entweder die was vorzeigen ein wanderbrise monster der stufe 1 dann eins aus dem deck mit einem anderen namen verbannen dann durch den effekt das monster normal beschwören alternativ in deiner phase wenn du eine normale schon machst darf ich auch wenn normal beschwören dann würde ich machen wir das ja eine karte verdeckt ok und dann darfst du alles dann ziehe ich erst mal die karte das könnte jetzt den angriff und halben regierungseffekt kannst du gegen jedes jeden kampf machen genau er muss nur gegen ein monster kämpfen ja allerdings nur wenn ich angreifen wenn du angreifen falls er gegen das gegner kämpft also muss nicht angreifen ok ok gut zu wissen dann fange ich erstmal mit meinem metaphysischen faktor an ja da sucht ihr jetzt wieder was nein sucht mir gar nicht das nicht auf meine monster effekte reagiert von einem metaphysischen uns ja ok das ist in ordnung das ist ja gut dann normal beschwöre ich metaphysischer ragnarok und aktiviere meinen seinen effekt um die obersten drei karten meines decks zu verbannen und darauf darfst du nicht wenig reagieren ja ok 1 2 und 3 ich habe zwei meter physisch karten getroffen das heißt er bekommt wieder 600 angriffspunkte oben drauf das heißt er ist bei 2 1 das problem ist dass wir trotzdem jedes mal wieder die halbpunkte halbiert deswegen werde ich jetzt keine karte verdeckt besetzen und beende mein spielzug ok dann würde ich eine karte ziehen dann in der standby phase würde ich gerne als erstes mal den effekt von metaphysischen da da los aktivieren ich würde gerne ins deck zurück mischen wollen und mir eine metaphysische karte zu verbannen ja das ist in ordnung gut an den effekt möchte ich ja noch was anketten nämlich meine metaphysische dimension die besagt nämlich wenn ich was verwandt mit der physisch technisch dann kann ich die karte bei dir werden sie ebenfalls verbanden ja ja du suchst jetzt erst mal etwas verwandt ich jetzt was ja ok ja das macht man gut das sind die kosten wahrscheinlich auch und dann das reinmischen sind kosten und das verwandt ist der effekt ok gut dann verwandt ich jetzt mal mit der physischen aufstieg ja dann aktiviert sich jetzt als er kettenglied 1 mal metaphysische aufstieg und als kettenglied 2 die dimension weil ich eine karte verband an den physischen karte verband habe und für die dimension werde ich dann kaisen als ziel dann würde ich gerne was anketten dann würde ich gerne wann der brise unter beginn des abenteuers anketten ich würde mir ihn selber verbannen ja um mir dann was zu suchen und mir für lebenspunkte zu geben und dann läuft ein effekt ja quasi ins leere zumindest der verbannter ja den suchen effekt kann ich trotzdem nutzen dann nehme ich mir und dann sind wir im timeout und du hast wegen mehr lebenspunkte gewonnen ok gut dann wollen wir nicht weitermachen ok ja dann geht er sich fertig das war ein schönes spiel ich hoffe euch hat es auch gefallen ja und falls euch das euch gefallen hat gern noch mal ein like auf dem kanal da lassen und unseren kanal abonnieren nicht vergessen dann könnt ihr unsere anderen duelle nicht verpassen falls ihr die glocke auch aktiv habt ja auch deckprofile gibt es zumindest von meiner seite aus wie immer auf cardcluster die links findet ihr öfter mal im chat vorbeifliegen also gerne mal reinschauen das soll doch machen sich wiederholt reinziehen und dann sehen uns hoffentlich zur dritten runde und vielleicht im anderen oder dann müssen wir mal wieder bis dann schönen abend euch noch viel spaß beim stream ja